Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin anders als andere Menschen. Meistens sehe ich aus wie jetzt. Aber manchmal da bin ich grün. Glitschig. Hab vier Beine. Verraten Sie uns den Trick? Ähm, Herr Lehrer? Herr Franz ist ein Fosch. Langsam bist du zu alt für solche Märchen. Wo ist euer Lehrer? Auf dem Klo. Kleine Pannen. Noch ein Fauxpas. Und man wirft sie in hohem Bogen raus. Ich muss andauernd auf der Hut sein, damit ich nicht gefressen werde. Von wem? Vom Storch. Du Mörder. Ich brauch jetzt eure Hilfe. Alles wird wieder gut. Wo ist Herr Franz? Frösche sind widerliche Matschwüder. Wieso hatte ich nicht so einen Lehrer? Ist mit Ihnen alles okay? Ja. Ist alles in Ordnung? Ja. Herr Franz. Untertitelung des ZDF, 2020